Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wochenhoroskop. Heute schauen wir uns Ihren Verlauf der kommenden Woche an. Ab sofort werden auf diesem Kanal täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Was steht als nächstes in Ihrem Liebesleben an, Krebs? Am Donnerstag, den 18. August, könnten Ihre Gedanken in Richtung großer Pläne gehen, denn die feurige Venus in Löwe und ihrem sinnlichen zweiten Haus steht im Einklang mit dem expansiven Jupiter in ihrem zukunftsorientierten zehnten Haus. Das kann Ihr Herz höher schlagen lassen, aber Sie könnten sich auch zu einem Plan hingezogen fühlen, der eher solide und traditionell ist als elektrisierend und aufregend. Und hey, wenn Sie langfristig denken, ist das wahrscheinlich eine vernünftigere Qualität als Spaß. Diese Übereinstimmung bildet die Grundlage für einige langweilige, aber wichtige Themen wie den Stand Ihrer Beziehung, gemeinsame große Ziele und Finanzplanung. Das sind nicht immer die einfachsten Themen, aber die diplomatische Venus kann Ihnen helfen, die richtigen Worte zu finden. Sie sind Single und haben niemanden auf dem Radar. Nutzen Sie diese Energie, um einige kluge finanzielle Entscheidungen für sich selbst zu treffen, und wenn Sie genug Geld zur Verfügung haben, gönnen Sie sich etwas von Ihrer Wunschliste. Ein introspektiver Zyklus beginnt an diesem Samstag, dem 20. August, wenn der getriebene Mars in Zwillinge und ihr spirituelles, introspektives und heilendes Zwölftes Haus geht. Der Aktionsplanet hat diese Region seit dem Frühjahr 2021 nicht mehr besucht, was bedeutet, dass dieser besinnliche Rückzug für Sie längst überfällig ist. Von jetzt an bis zum 25. März 2023 haben Sie die Erlaubnis zur Nabelschau, zum Tagträumen und zum Fantasieren über das, was sein könnte. Haben Sie Angst, dass dies Ihre Produktivität unterbrechen könnte? Wenn Sie sich mehr anstrengen, können Sie nicht mehr erreichen, Krebs. Sie müssen Ihre Batterien wieder aufladen und zur Abwechslung einmal sie an die erste Stelle setzen. Ihr Wohlbefinden hängt davon ab. Für Ihr empathisches Sternzeichen ist es selbstverständlich, die Energie und die Emotionen anderer Menschen aufzusaugen. Der selbstbestimmte Mars in Ihrem Zwölften Haus bietet Ihnen die Chance, Entscheidungen zu treffen, die auf Ihren Wünschen basieren. Es ist an der Zeit, aus der Rolle des Fürsorgers herauszutreten und Ihren Leben zu erlauben, Ihre eigenen Flügel zu stärken. Auch mit der Familie und allen Menschen, die unter Ihrem Dach leben, ist es besonders wichtig, klare Grenzen zu setzen, was die Erwartungen an den Haushalt betrifft. Wenn Sie Ihren Mitmenschen beigebracht haben, dass Sie erwarten, dass Sie hinter ihnen herräumen oder jede Mahlzeit kochen und das Geschirr abwaschen, dann ändern Sie die Dinge, und zwar sofort. Andernfalls könnte der streitlustige Mars Sie in eine grüblerische, brodelnde Seele verwandeln, die bei der kleinsten Unempfindlichkeit ausrastet, vor allem während der rückläufigen Phase vom 30. Oktober bis zum 12. Januar. Entscheiden Sie sich für Aktivitäten, die Sie schon beim bloßen Gedanken daran in Wallung bringen, richten Sie sich ein Kunstatelier ein, renovieren Sie Ihr Schlafzimmer, besuchen Sie einen Kurs in Taro. Aber überbuchen Sie sich nicht. Die unstrukturierten Bereiche Ihres Kalenders sind die Orte, an denen die Magie wirklich stattfindet. Nutzen Sie in den nächsten sieben Monaten jeden Moment, den Sie haben, um einfach nur zu sein. Das kann Wunder für Ihre Beziehungen bewirken, Krebs, denn dieser entspannte Zustand macht Sie viel empfänglicher für die Liebe. Göttliche Inspiration wird Sie sicher überfluten, wenn Sie die Stille genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!